Heyo Leute, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von WWE Universum und heute Edge gegen Big Cass. Wir greifen hier gleich beim Endschutz ein und zerstören Big Cass. Christian, kannst du auch mal was machen? Jawoll, nehme ich hier Big Cass meine Lektion erteilt. Natürlich auch Enzo M.O.A., aber in erster Linie Edge. Äh, Big Cass, wow, bin ich verwirrt. Jetzt macht Christian auch mal mit. Richtige Heal-Aktion vor dem Ding. Au, au, au. Au, au, au. Au, au, au. Christian, helft mir doch mal. Meine Güte. Einmal mit Profis arbeiten. Da liegen noch die Tag Team Titel. Big Cass will wohl, dass ich in den Ring gehe. Enzo. Hä, Enzo ist da. Schlag doch ihn. Big Cass, komm. Hä, was war das denn schon wieder? Die Folge könnte ein bisschen länger gehen, weil ich habe drei Matches geplant. Oder doch nicht. Man muss Christian, äh, Edge beruhigen. Und es wird heute nicht zum Match kommen. Wir sehen uns im nächsten Match. Wir sehen uns im nächsten Match. Match contest is a no-dis-qualification match. Making his way to the ring. From Pymale, West Virginia. Weighing in at 216 pounds. He's leader. Just moments from now, we'll get this competition underway. And if this arena is any indication, it's going to be one for the record. Oh, they've been waiting a long time for this match. Thank you for spending part of your evening with us. We think you're really... ... And his opponent, first, from Bray County, Wicklow, Ireland, weighing in at 190 pounds, Finn Fowler. We're just moments out from our Triple Threat Match. I love this, a Triple Threat Match. Three of WWE's most polarizing figures set the square off here in this Triple Threat Match. Quiet on the set. Can we please have quiet on the set? Awesome! I came to the bank! There's a price to pay! And, residing in Hollywood, California, weighing in at 221 pounds, the Miz! You know, sometimes a superstar just has that look in his eye. And this is one of those times. This one is gonna be an all out brawl, Michael. Just the way I like it. And this is one of those times. This one is gonna be an all out brawl, Michael. Just the way I like it. hier erst mal für battle zu spielen und die missholt ab gegen baseball schläger jetzt schon genau gleich aus der will ihm dieses money bank mit unbedingt jetzt gehen wir erst mal auf die mannen mit baseball schläger wer ist eigentlich peinlich wenn das nicht qualifizieren er hat den royal rumble 2016 nein was machst du denn ich will die cup so wie mache ich das mit dem jahren weil 2017 gibt es zweimal money bank sieger oder wohl wambel sieger oder ein wusser wenn ich auch mit ich habe mich jetzt übrigens dazu entschieden money in the bank zu machen zu weibers series roll rumble fast lane weiß ich er nicht mehr möglich und halber zum abschluss wieder es wird auf jeden fall jetzt einiges kürzer gezogen sein als vorher also als das andere weil ja direkt so lange ist jetzt auch wieder nicht bis oktober genau dann haben wir erst august wow ich meine natürlich 6 wurde 7 ich bin gerade behindert obwohl wenn die folge kommt dann sind es wahrscheinlich nur noch 6 verwirrung gerade hier liegt ja noch der baseball schläger und du musst mich doch ein bisschen schade leiden wenn der uns mit diesem scheiß ding angreift komm hoch konter von dem ist konter von berloh jetzt kommt der von berloh das sind wir raus übrigens ist jetzt was mir gerade auffällt der letzte platz für der letzte platz für das money in the bank match für teams mcdow das will ich nicht wie slayer wieder am zug was macht slater au konter von dem miss jetzt war sein signature gerade und finisher von berloh und cover von berloh war's das 1 2 3 Finn berloh ist erneut im money in the bank match damit stehen fünf teile teilnehmerfest aus money in the war or when some more joe finn berloh und aus mcdow sammy zane der wog und wer weiß wer dann noch kommt ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen lasst es euch gefallen hat wir sehen uns das nächste mal wieder bis dann so